Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, nämlich Tech-It-Sky-Block, wuhu! Hier steht's. Welcome to Tech-It-Sky-Block Survival. Und ja, also ich kenne mich ein bisschen... Hallo. Ein bisschen damit aus. Oh, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht... Okay, dann gehört das... Ah. Okay. Dann bauen wir mal das Schiff... Schiff... Ah, das Schild ab. Hat eigentlich schon einen hohen MC-Gehalt. Gehört. Können wir ja direkt... Körbestauern. Und ja... Also das Projekt wird jeden Tag jetzt kommen. Falls es geht, ist es in Ferien. Und ja... Wir bauen jetzt erstmal die Welt... Ja... Das hier alles ab erstmal... Bauen den Baum ab. Führer hatten... MC. OH 32 für einen Holzstamm. Warte mal... Wie viel bringt ein Knochen. Ein Baummehl teuer. Und auch... Äh, man braucht... Ja, ja. Vielleicht werde ich das rausfinden. Nur damit der Musik ein bisschen lauter machen. So... Und... Und... So... Ja, entschuldige mich, dass ich gerade nicht rede. Ich musste kurz ein Gespräch hören. Und... Das Projekt wird jetzt immer kommen. Jeden Tag. Und es werden auch andere Projekte kommen. Zum Beispiel... Wildlife. Also das ist... Ja, ich sag jetzt mal... Waro... Nur mit Pistolen. Oh, ich hab Kopfschmerzen. Ist das Marble? Hm. So. Dann bauen wir uns jetzt eine kleine Plattform aus Cobblestown. creepyp달. Warte, was bringt Gunpowder? Oh. клonken. Jus horrorisch. Und das ist schon mal passiert. Mann. 셋lich. Ich könnte mir jetzt auch richtig viel Koppelstunden aus dem Lava einmal holen. Aber nee. Ja. Ach, mein Buch, da wollte ich nur ein Intro von mir. Das ist so schön pixelig, ja. Oh, fuck. Da füllen wir mal herren. Didi, 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 didi. Da ist so eine Welt. Stimmt, wer Techint überhaupt noch... Oder wer Skyblock jetzt nicht kennt... Oh, Mann, man muss sich mir in den Kopf stoßen, damit ich den Kopf schmerzen habe. Also wer Techint Skyblock noch nicht kennt, das ist ein cooles Projekt. Und ja, man kann halt sehr viel bauen. Und ich lebe euch die Map... Hm, jetzt mache ich mir mal eine Workbench. 4, 8, 16... Ja, okay. Man kann da kein Gewinn nehmen. Oh nein, jetzt kommt wieder die Frage der Fragen. Schaffe ich es? Oh, ja. Guck gehabt. Wie viel bringt Jazz? 64, also ganzen Steak, es war nur ein Chess, es war die Chess, es gab kein Zeppelin, nein, ich muss mir ein Zeppelin machen, den mach ich, warte, zack, und jetzt soll der wachsen, das ist ja auch eine Welt, also ich sag jetzt keine Welt, aber, ein, ich weiß nicht, wie man das nimmt kann, hm, wie bekomme ich 4 EMC, warte, die haben einen EMC-Gehalt von 1, wenn ich 3 mache, komme ich 6 raus, warte mal, ich will mal was probieren, ich habe jetzt 30, kann ich mir wieder 30 Lücke machen, dann, oh man, man kann sich hier seinen Anteil verdoppeln, oh, ich habe das herausgefunden, Hä? Wie, nicht, dass er es geht, oh, das auf jeden Fall nicht! Alter, wir verdoppeln ja unser... So läuft der Hase nicht! So läuft die Hase nicht! Zu. Hallo, ja gut, habe ich gesagt, dass ich jetzt ein bisschen Cobblestone habe? oh nein 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 es gibt fehler es gibt fehler wenn ich erst sterbe und die folgen werden zehn minuten lang gehen also vielleicht mache ich davor noch mein intro wenn ihr es wenn ihr seht es ja es ist noch ein bisschen safe es hat immer kurzen knochen knochen ich weiß es war jetzt unnötig aber ich kann es da muss jetzt ein baum rauskommen ja ihr seht es alles in alles weitere in der nächsten folge wenn euch dieses projekt gefallen würde lasst doch mal einen daumen da ihr könnt ja auch es machen und wenn es gefallen hat lasst dann positive bewertungen abonnieren kommentieren und wenn ihr design wollt ich schreibe meinen design shop in die kommentare und ciao